Vellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Vellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Vellner live. Ja, wir starten heute mit einer gehörigen Portion Optimismus in Vellner live. Und für den Optimismus ist bei uns immer die Tourismus-Nachhaltigkeits-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger zuständig. Wenn die ins Studio kommt, strahlt sie immer, als wäre sozusagen schon der Sonnenurlaub angesagt, Punkt 1. Und Punkt 2 hat sie meistens optimistische Botschaften mitzubringen, die ja nicht immer alle glauben, aber die zumindest von der Richtung her stimmen. Frau Minister, großer Auftritt von Ihnen heute vor dem Ministerrat mit der Ansage, der Grüne Pass kommt zwar nicht so schnell, wie ihn alle haben wollten, aber er wird de facto mit 19. Mai in Kraft treten, wenn auch auf ein bisschen verhatschte Form, wenn ich das einmal so sagen darf. Nein, da muss ich Sie korrigieren. Der Grüne Pass kommt mit den Öffnungen. Wir haben uns darauf verständigt, das in drei Phasen auszurollen. Der Hintergrund ist ja zum einen, das haben Sie ja mitverfolgt, dass uns die gesetzliche Grundlage zuerst gefehlt hat. Das Veto im Bundesrat, dass das Ganze jetzt natürlich auch verzögert hat. Diese Woche, am Montag, haben wir aber die gesetzliche Grundlage im Nationalrat beschließen können. Das heißt, mit 19. Mai ist man als Getesteter, Geimpfter und Genesener quasi zutrittsberechtigt in Gastro, in Tourismus, zu Veranstaltungen. Und das ist der Grüne Pass mit 19. Mai. Den es aber als Grünen Pass erst eine Woche oder zwei Wochen später geben wird, zwei Wochen später, wenn ich richtig informiert bin. Die ersten zwei Wochen muss man etwas improvisieren. Wenn man geimpft ist mit dem Gelben Pass? Ja, wir haben ja unterschiedliche Systeme aufgebaut. Wir haben den E-Impfpass, wir haben quasi den ausgedruckten Zettler aus einer Teststation oder wir haben den Absonderungsbescheid. Und alles das, egal in welcher Form, egal ob es Test-SMS ist oder in Papierform, alles das wird gelten. Und das ist so wichtig in diesem ersten Schritt, in dieser ersten Phase, weil jeder hat halt irgendwo an den Bundesländern das eigene System geschaffen und alles das soll möglich sein. Und in der zweiten Phase? Das heißt, am 19. Mai, reden wir über die erste Phase, am 19. Mai muss sich jeder seinen Grünen Pass noch selber machen, wenn ich das einmal so sagen darf. Wenn er geimpft ist, dann reicht der gelbe Impfpass, den er bei der Impfung kriegt, richtig? Genau. Und ab dem 22. Tag, also drei Wochen nach dem ersten Stich, braucht er dann auch nicht mehr getestet sein. Das war ja auch der große Erfolg des Gesundheitsministeriums und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, dass da auch die Expertinnen und Experten alle gesagt haben, die Immunisierung ab dem 22. Tag... Also drei Wochen nach dem ersten Stich gilt diese eine dann eingeklebte Marke im gelben Pass für jeden als Eintrittskarte, egal ob er AstraZeneca, BioNTech, Pfizer oder Moderna hat. Genau, also das ist dann gleichwertig. Ab da soll die Immunisierung eben auch vorhanden sein und damit gilt es quasi als Eintrittsticket. Also einer, der erst einen Stich hat, darf bereits drei Wochen nach dem ersten Stich diesen gelben Pass als Eintrittsticket verwenden. Diejenigen, die schon zwei Stiche haben, sind sowieso voll immunisiert. Genau, das ist dann sowieso schon erledigt. Aber in diesen 21 Tagen muss man halt dann zusätzlich noch an einen negativen Test verweisen. Das kennen wir jetzt eher schon vom Friseur... Innerhalb der 21 Tage. Innerhalb der 21 Tage und ab dem 21. Tag gilt dann halt quasi der erste. Also diejenigen, die geimpft sind, entweder sie haben zwei Impfungen, dann sind sie automatisch eintrittsberechtigt oder die erste Impfung ist 21 Tage alt. Dann gilt es so, als hätte man schon zwei. So, dann diejenigen, die nicht geimpft sind, müssen zum Test gehen. Und so wie bisher aus der Apotheke oder aus der Teststraße entweder am Handy, per E-Mail oder ausgedruckt ihren Test verweisen. Genau, das ist jetzt einmal dann in der ersten Phase des grünen Passes halt notwendig. Und der darf längstens wie alt sein, Frau Ministerin? 48 Stunden ein Antigentest und 72 Stunden ein PCR-Test. Also der PCR-Test gilt jetzt für drei Tage, 72. Genau. Wir haben ja in Vorarlberg mit den Öffnungsschritten durchaus viel Erfahrung sammeln können, wie das dann auch funktioniert. Wir hatten keine einzige Infektion ausgehend aus der Gastronomie. Das zeigt, dass diese Orte mit den Eintrittstests, mit den FFP2-Masken, die werden uns jetzt auch noch einige Wochen erhalten bleiben und mit dem Abstand wirklich auch sicher sind. Und deswegen ermöglichen wir jetzt halt einfach auch schon Öffnungen. Und das Dritte ist für alle Genesenen. Das sind, wenn ich das richtig zusammenfasse, diejenigen, die einen Absonderungsbescheid haben, der nicht älter als sechs Monate ist. Und wer diesen Absonderungsbescheid mit sich trägt und herzeigt, der darf auch rein. Genau. Wir haben über eine halbe Million Genesene in Österreich aktuell. Und mit diesem Absonderungsbescheid, dem Quarantänebescheid, den man von der Behörde ausgestellt bekommen hat, ist es halt eben auch möglich, wenn man das vorzeigt, dass man den Eintritt ins Restaurant hat. Von der halben Million sind allerdings die Hälfte, also 250.000 außerhalb dieser Sechsmonatsfrist. Genau. Und die müssen entweder dann, hoffentlich haben sie sich eh schon zur Impfung angemeldet, oder sie müssen halt an einen negativen Test verweisen. Aber das, worum es uns immer gegangen ist, ist, dass man erstens einmal nicht nur Geimpften die Möglichkeit der Freiheit gibt, sondern dass es eben auch Genesene und Getestete gibt und damit halt diese Zeit überbrückt, bis jeder, der eine Impfung haben will, diese auch bekommen will. Aber das Spannende und wofür wir dankbar sind, dass Sie das heute einmal klargestellt haben, ist, man kennt sich jetzt aus, wie das mit der Impfung ist, weil es natürlich viele gibt, die sagen, na hallo, ich habe AstraZeneca, mein nächster Impftermin ist im Juli, wie soll ich jetzt in einen Schanigorten oder in ein Gastrolokal gehen. Und da gilt auch für AstraZeneca, wenn es länger als drei Wochen ist, der Erststich, die Erstimpfung, dann gilt dieser gelbe Impfpass. Genau, das hat der Gesundheitsminister auch bereits klargestellt, dass wir jetzt auch in der Verordnung so abgebildet sein. Also da sind wir uns alle einig. Wissen wir jetzt schon, liebe Frau Minister, wo wir diese Eintrittskarte des gelben Impfpass überall brauchen? Also wir brauchen es in der Gastro. Wir kennen es mittlerweile schon vom Friseur, also da haben wir es schon gehabt. Beim Friseur ist klar, in der Gastro innen ist auch klar, im Schanigarten auch, da habe ich hunderte E-Mails, also im Schanigarten auch. Ja, auch im Outdoor-Bereich. Das heißt, sobald ich den Schanigarten betrete, muss ich entweder den Impfpass oder das testen oder den Absonderungsbescheid herzeigen. Aber, und das ist auch die gute Nachricht für die Außenbereiche, müssen wir es nach wie vor auf vier Personen beschränken. Das zeigen auch alle Erfahrungen aus anderen Ländern. Vier Personen plus zugehörige Kinder. Im Außenbereich wird es schon möglich sein, zehn Personengruppen zu haben plus Kinder. Also haben wir schon die Perspektive. Herr Minister, ich habe noch ein paar E-Mails, mit denen ich Sie konfrontieren muss. Nicht so viele wie für die Schanigärten, aber auch viele fragen, wie ist das in Schwimmbädern? Muss ich im Schwimmbad auch den Impfpass oder den Test herzeigen oder darf ich dort normal reingehen? Das wird auch für Freizeitanlagen gelten. Alles das, was jetzt geschlossen war, was geöffnet wird, braucht einen Eintrittstest. Wir kennen das eher schon aus dem Vorjahr, Abstandsregelungen und dergleichen. Das wird es nach wie vor brauchen, weil noch nicht genügend Menschen geimpft sind. Und damit brauchen wir einfach noch ein bisschen ein Schutzschild, um über die Zeit zu kommen bis zum Sommer. Also sobald ich in ein öffentliches Schwimmbad gehe, brauche ich dieselben Ausweise, die ich in der Gastro brauche. Genau. Deswegen eröffnen wir aber auch alle Branchen gleichzeitig. Und das war ja ein ganz großer Wunsch, dass wir nicht jetzt wieder zwei Wochen warten und zwei Wochen warten. Aber wir können das nur machen, wenn wir wirklich nach wie vor auf höchste Sicherheit setzen. Wir alle haben null Interesse daran, dass die Zahlen wieder so steigen, dass wir nur mal zusperren müssen. Also das wäre die absolute Katastrophe. Deswegen bitte nur ein paar Wochen testen, Maske, Abstand und dann Richtung Sommer haben wir es dann geschafft. Gut. Und das ist jetzt also der erste Step für den 19. Mai, der ja ein bisschen unter einem Fragezeichen stand, weil es eben so lange gedauert hat, bis der Nationalrat das nach langem Hin und Her beschlossen hat. Ja, es war der Bundesrat, aber jetzt schaut es gut an. Letztendlich der Bundesrat blockiert hat und dann der Nationalrat, glaube ich, dann wieder beschlossen hat oder wie immer. So, langer Rede, kurzer Sinn. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, wenn ich das heute richtig verstanden habe, Ihren Auftritt vor dem Ministerrat, betrifft den 2. Juni. 4. Juni. 4. Juni, 4. Juni. Da kriegt man dann diesen grünen Pass Österreich-Version aufs Handy. Habe ich das richtig verstanden? Genau, dann gibt es eine digitale Anwendung. Das heißt, unser großes Ziel ist ja wieder Reisefreiheit in Europa. Und die EU-Kommission hat das jetzt alles auch in die Wege geleitet. Und wir verwenden ab 4. Juni schon die EU-weit gültigen QR-Codes. Das heißt, es wird dann keine Umstellung mehr für irgendein System brauchen Richtung Sommer. Die EU-Kommission stellt uns die QR-Codes zur Verfügung. Sie gehen in eine Teststraße, kriegen dann ihren negativen Test aufs Handy. Und damit können Sie dann ab 4. Juni schon überall hin. Dann wird es auch eine Green-Check-App geben für den Wirten. Der sieht das dann ganz einfach. Das ist dieses berühmte Hackerl, oder? Genau. Oder Sie scannen das beispielsweise mit der Handykamera. Das kennen wir zum Teil aus den Gästeregistrierungen. Das geht automatisch auf und zeigt Ihnen an, das ist jemand, der ist getestet, genesen oder geimpft. Er weiß aber nicht, ob Sie getestet, genesen oder geimpft sind. Das ist eine komplett irrelevante... Sie dürfen rein, Sie haben ein grünes Hackerl. Damit haben wir auch alle Datenschutzbedenken, das sind Gesundheitsdaten. Da haben wir höchstes Interesse, dass die bestmöglich geschützt sind. Es geht niemandem was an. Das Einzige, was zählt, ist, gibt es ein grünes Hackerl. Habe ich einen Corona-Status, der mir erlaubt, ins Gasthaus oder in Schwimmplatz zu gehen? Liebe Frau Minister, erklären Sie mir bitte, angenommen, ich gehöre zu den glücklichen Österreichern, die also schon zweimal geimpft sind, irgendwann, sagen wir, im April und Anfang Mai, und habe das jetzt auf einem gelben Impfpass, wie kriege ich jetzt dann diesen elektronischen Handy oder digitalen Handy-Impfpass, diesen grünen Pass? Na, zum einen nochmal als App, als digitale Anwendung, die Sie dann ganz einfach vorzeigen können, viele Zahlen jetzt beispielsweise. Aber wie kriege ich meine Impfung da drauf? Das ist ja die Frage. Na, da wird es Schnittstellen geben. Und das ist das Attraktive an dem Ganzen. Plus, das wird auch eine massive Erleichterung sein, Sie könnten auch Ihre Sozialversicherungskarte herzeigen. Das meine ich. Mit der E-Card kann ich das dann theoretisch machen? Genau, die E-Card, aber auch nicht die Sozialversicherungsnummer, die ist vollkommen egal, sondern auf der Rückseite Ihrer E-Card ist die E-Card-Nummer verzeichnet. Und mit dieser E-Card-Nummer liest das System automatisch aus, ob Sie getestet, geimpft oder genesen sind. Hackerl und Sie können rein. Verstehe. Also, das wird natürlich ein bisschen eine Schwierigkeit, diese Übergangsfrist. Wie kommen die bereits geimpften Österreicher dann auch zu einer digitalen Umsetzung ihrer Impfung? Aber lass uns mich da noch dazu sagen, weil das war uns so wichtig, es wird nie nur ein System geben. Der grüne Pass ist viel mehr als nur eine App. Das ist die Möglichkeit, egal ob Sie jetzt Ihren gelben Impfpass mithaben wollen oder eben die Sozialversicherungskarte, die E-Card verwenden, alles das wird Sie zum Zutritt berechtigen. Wir schränken das nicht auf ein System ein, sondern wollen möglichst viel Wahlfreiheit bieten und möglichst viel Freiheit. Das war immer die Idee hinter dem grünen Pass. Das ist jetzt das, was der Herr Bundeskanzler gesagt hat, wir gehen voraus und warten nicht, bis die EU auch soweit ist. Aber die Frage ist, wann ist die EU soweit und wann gibt es endlich den EU-weit gleichen und gleichgültigen grünen Pass? Wann gibt es den? 26. Juni wird die Rechtsgrundlage. 26. Juni. Genau. Das Gute auf europäischer Ebene ist, dass da alles immer ziemlich fix ist. Jetzt verhandeln Rat, Kommission und Parlament noch die finalen Details. Die QR-Codes werden mit 4. Juni zur Verfügung stehen. Das System, das dahinter liegt, die Schnittstellen, das Gateway, also alles das, was man da dazu braucht. Und mit Ende Juni wird dann eben auch die EU-Verordnung da sein. Und damit geht es in Umsetzung in ganz Europa. Und es wird halt dann für alle gleich sein, dass man getestet, geimpft und genesen als Corona-Status Richtung Reisefreiheit. Das wäre für Sie ja ein Wunschtermin, weil das ist natürlich der Ferienstart, dieser 26. Juni, wahrscheinlich in vielen, vielen Teilen Europas. Die Frage ist, wird das dann schon funktionieren? Und haben Sie Hoffnung, dass dann Deutsche, Holländer, Briten, Italiener mit so einem grünen Pass nach Österreich kommen können? Also was die Reise nach Österreich betrifft, auf jeden Fall. Weil wir werden schon mit 19. Mai die Einreisebeschränkungen erleichtern. Das heißt, wenn Italiener, wenn Deutsche nach Österreich kommen wollen, geimpft, getestet und genesen sind, brauchen sie nicht mehr in Quarantäne. Außer sie kommen aus einem Hochrisikogebiet oder einem Mutationsgebiet. Da passen wir natürlich nach wie vor extrem auf. Also wir wollen uns jetzt da nicht irgendwelche Mutanten hereinholen. Also Inder dürfen nicht mit einem grünen Pass. Da gibt es auch massive Beschränkungen im Welt. Ja, ist klar. Das ist auch absolut wichtig. Aber wir heben mit 19. Mai die Einreisebeschränkungen auf, getestet und genesen. Mit 19. Mai werden die Einreisebeschränkungen aufgehoben. Genau. Und ab 26. könnte man dann mit diesem grünen EU-Pass leichter hereinkommen. Genau. Also dann wird eben auch diese digitale Anwendung der QR-Code an der Grenze zeigen. Aber ansonsten reicht auch ein Impfnachweis, den man aus Deutschland oder aus Großbritannien mitbringt. Auch dort wird es immer eine analoge Alternative geben. Es gibt viele, die kein Smartphone verwenden, Ältere, die vielleicht auch manchmal Personen mit einer Sehbehinderung. Es wird immer eine Papierform geben oder die recht einfache digitale Lösung. Aber das heißt, ab 19. Mai dürfen wieder alle nach Österreich einreisen. Es gibt keine Quarantäne für niemanden mehr. Getestet, geimpft. Also getestet muss er sein. Also der muss einen Test oder eine Impfung an der Grenze vorweisen können. Genau. Sonst gilt wieder die Quarantäne weiter. Genau. Ist das nicht doch ein bisschen riskant? Weil es gibt natürlich viele, die sagen, im letzten Jahr, sogar ihr Herr Bundeskanzler hat dann gesagt, kam das Virus mit dem Auto, hat glaube ich der Herr Anschober gesagt. Ja, aber im Vergleich zum letzten Jahr hatten wir diese Testkapazitäten nicht. Wir hatten diese Massentests nicht. Wir haben noch Mund-Nasen-Schutz getragen. Die FFP2-Maske bleibt uns erhalten. Also die Sicherheitsbestimmungen bleiben wir weiterhin auch gleich. Aber wir wollen trotzdem halt mehr Freiheit ermöglichen. Und das, was uns das bietet, ist zum einen der Impffortschritt und ist das breite Testangebot. Sie kriegen nirgendwo in Europa täglich einen gratis Corona-Test, wenn Sie ihn wollen. Das haben wir in den letzten Monaten mit den Bundesländern gemeinsam aufgebaut. Das gilt auch für Urlauber hier. Also auch für Deutsche, für Briten. Die kriegen ebenfalls einen gratis Corona-Test in Felden oder in Börtschach, wenn sie ihn wollen, in der Apotheke. Genau so ist das? Genau, oder in der Teststraße. Die kriegen das umsonst. Genau, das ist natürlich auch zum einen einmal für uns wichtig, dass wir Urlauber nach Österreich kriegen. Tourismus ist ein unglaublich wichtiger Wirtschaftsfaktor für uns. Hängen hunderttausende Arbeitsplätze dran. Und zum anderen geht es natürlich um die Sicherheit. Alle die Gäste, die kommen, egal von woher, müssen sich an dieselben Bestimmungen halten wie wir auch. Gut, dann darf ich gleich zum Thema Optimismus 2 kommen. Ich nehme an, da strahlen Sie gleich noch mehr als bisher. Ja, da wirklich. Wie läuft denn der Sommer? Wie läuft der Tourismus? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Aussagen. Wir haben ja in Österreich eine Reihe von Hotels, vor allem an Sees, die sagen, wir sind schon ausgebucht. Die Ferienhotellerie freut sich sehr. Mit dem, dass wir die Öffnungsperspektive geben haben können, haben sich die Österreicherinnen und Österreicher hingesetzt vor den Computer und haben einmal geschaut, wo sie jetzt hinfahren werden. Also die Buchungsnachfrage in den Ferienregionen ist sehr gut. Vor allem eben auch wieder in See- und Bergregionen, so wie wir es im letzten Jahr kennen. Wo wir ganz stark daran arbeiten, ist einfach auch für den Städtetourismus Kunst und Kultur zu öffnen. Das wäre ganz wichtig für uns auch, dass man wieder Sportveranstaltungen ermöglicht, Konzerte beispielsweise und vor allem Kongresse und Messen. Also um Kärnten, Salzburg, Tirol, insbesondere wenn es Seelagen sind, machen Sie sich keine Sorgen mehr. Das brummt, wenn ich das richtig sage. Und die Steiermark und auch Niederösterreich, Wachau und Burgenland. Da haben wir sehr, sehr gute Buchungsnachfragen aktuell. Noch besser als im Vorjahr oder gleich? Oder wem muss man sich das vorstellen? Es ist noch ein bisschen zu früh, aber wir haben auch aus den ganzen Umfragen, die wir gemacht haben, eigentlich gesehen, dass rund ein Drittel der Österreicher den Urlaub wieder im Inland verbringen werden wollen. Die schauen sich jetzt aktuell halt auch intensiv um. Wir wissen natürlich, dass speziell auch in Ferienregionen mehr können wir keine Garantie dafür abgeben, wie sich dort auch die Situation entwickelt. In Österreich ist man halt mit Zug und Auto immer relativ flexibel. Und vor allem die Betriebe bieten sehr flexible Steuernbedingungen. Und deswegen auch meine große Bitte, wenn jemand dann einen Urlaub am Meer bucht oder im Ausland bucht, das wirklich über ein österreichisches Reisebüro zu machen. Also nicht einfach nur über Internetplattformen, weil die bieten einfach den größten Schutz. Damit er dann nicht überbleibt und sich dann grün und blau ärgert, wenn Italien wieder die nächste Quarantäne sagt. Wir haben tausende E-Mails im letzten Jahrkrieg, wo halt dann Urlauber einen Urlaub in Italien gebucht haben. Aber Sie sind ja sowieso für Urlaub in Österreich. Das bin ich sowieso, aber ich verstehe. Wenn ich Sie strahlen sehe hier, was mich ja immer sehr freut, dann heißt das, das läuft gut. Also das läuft besser, als Sie erwartet haben. Was mich überrascht hat, war die Geschwindigkeit von dem, dass wir gesagt haben, es geht mit 19. Mai auf und dem, was uns die Betriebe dann zurückgemeldet haben. Ja, es gibt offenbar Betriebe, insbesondere am Wörthersee und so, die waren in einer Woche ausgebucht. Das muss man erst einmal schaffen. Ja, es ist extrem gegangen. Nein, aber schau, die Leute freuen sich einfach schon wieder so sehr, erstens einmal wieder rauszukommen und vor allem eben auch auf den Besuch im Gasthaus. Das heißt, das letzte Thema, dass wir noch haben, Öffnungen. Da strahlen Sie jetzt zum dritten Mal, weil da geht jetzt am 19. Mai alles auf. Das heißt, alles Kultur, Restaurants, Hotels, also Spas, ganz wichtig, Wellnessbereiche, Thermen und natürlich auch die Freibäder und Schwimmbäder. Da gibt es nur einen Wermutstropfen in Wien nicht. Ja, leider, wobei man natürlich immer die Infektionslage und vor allem das Gesundheitssystem im Auge behalten muss. Ich meine, ich stehe da ganz ehrlich sehr auf Seiten der Wirten und der Gastronomen. Vielleicht, und die Zahlen in Wien geben Sie eigentlich auch her, Sie gehen kontinuierlich nach unten, das haben jetzt Experten in Bahnen. Also in der Appell wäre, liebes Wien, sperr auch auf am 19. Mai, damit man ganz Österreich ist. Es ist natürlich eine regionale Entscheidung. Ich habe sehr viel Respekt vor der Entscheidung auch des Bürgermeisters. Das war nicht leicht in den letzten Wochen, aber ich glaube, sobald es eine Möglichkeit gibt, vor allem mit dem breiten Testangebot, mit dem Impffortschritt, ich glaube, dann sollte man vor allem auch sehen, dass die Gastronomie ein sicherer Bereich ist, weil die Infektionen aktuell kommen ja alle aus dem Bereich des Privaten. Damit kann ja vor allem die Gastronomie eigentlich Lösung des Problems sein, weil da muss ich mich vorher testen und wenn ich einen positiven Corona-Test habe, darf ich dort nicht rein. Und damit wäre das eigentlich eine riesengroße Chance, noch mehr dazu zu bringen, wirklich auch sich testen zu lassen oder beispielsweise zu impfen. Aber das heißt sozusagen, es geht jetzt richtig los. Am 19. wird geöffnet und dann einmal mit dieser improvisierten Situation, gelber Pass, Testausdruck und Absonderungsbestätigung. Maximale Wahlfreiheit, was immer mein System ist, womit immer ich mich wohlfühle. Ja, aber Pfingstwochenende für Ihren Tourismus, nehme ich an, da muss man nur hoffen, dass das Wetter gut ist. Dann geht es vermutlich durchs Dach. Also die Tage davor in der Gastronomie ist aufessen, dass es zu Pfingsten dann wirklich schön ist. Ja, genau. So, und dann kommt der 4. Juni mit diesem grünen Pass in Österreich. Ich würde es ein paar Anlaufschwierigkeiten geben, nehme ich an. Ist aber kein Problem, weil man weiter mit dem gelben Impfpass ja hinein kann, wenn man das nicht gleich aufs Handy drauf bekommt. Und dann sagen Sie, ab 26. Juni wird das alles überhaupt kein Problem mehr. Da kriegen wir den EU-grünen Pass. Darf ich noch anschließend fragen, wie kommt der aufs Handy? Schickt man den der liebe Gott oder die Frau von der Leyen oder Sie? Oder wie kriege ich den? Muss ich mir den runterladen oder wie komme ich dann zu meinem grünen EU-Pass? Zum einen wird es die Möglichkeit eines Apps geben, einer digitalen Anwendung, wo das dann gespeichert ist. Oder Sie verwenden beispielsweise nach wie vor das Test-SMS, wo auch dieser QR-Code vorhanden sein wird, wo Sie dann einfach nur das quasi... Aber in Wahrheit ist es eine App und in diese App muss ich dann schauen, dass ich meine Impfung hineinbekomme. Das ist automatisch... Über die E-Card-Nummer, wenn ich das richtig verstehe. Und das ist automatisch mit Schnittstellen verbunden. Das heißt, wenn ich die E-Card-Nummer reingebe, floppt oder tippt oder knallt meine Impfung auf. Es wird schon ein paar Sicherheitsstufen brauchen, weil sonst wäre ja Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Sie werden sich auch ausweisen müssen. Es muss natürlich nachvollzogen werden, dass Sie wirklich der Herr Fellner sind und dass das wirklich Ihr Impfzertifikat ist quasi oder Ihr QR-Code. Aber ich kann mir dann über diese App, die Sie dann entsprechend bewerben werden, sodass man auch weiß, wie man die kriegt, über diese App kann ich mir dann meinen grünen Pass EU-konform ab 26. Juni, also sagen wir spätestens ab 1. Juli, selber passen. Genau. Und bin dann reisefähig. Sie sind reisefähig, aber nur einmal... Und die Spanier wissen das auch, dass ich reisefähig bin und die Italiener? Oder da wird es vielleicht noch eine Überraschung geben, wenn ich dort ankomme? Nein, das ist ja der Scham einer EU-weiten Lösung, dass getestet, geimpft, genesen für alle gleich gilt. Was man dort vor Ort darf, das entscheidet natürlich die jeweilige Regierung dort, das jeweilige Land. Aber der grüne Pass gilt überall und die wissen auch, dass es den gibt. Genau, die wissen, dass es den gibt. Die haben auch zugestimmt. Und das ist ein einheitliches QR-System für ganz Europa. Das heißt, man darf dann auch reisen über die österreichische Grenze hinaus. Aber wie ich die Elie Köstinger kenne, kommt jetzt zum Schluss noch der Appell, bleiben Sie in Österreich und genießen Sie unsere Seen, solange es dort noch ein Zimmer gibt. Buch ist ja im Urlaub in Österreich. Solange es dort noch ein Zimmer gibt. Sonst halt am Bergbauernhof oder wo immer. Gut, Elie Köstinger, Sie strahlen aber sowas von. Also ich meine, dass Sie immer gute Laune haben, ist bekannt, aber heute geht diese Laune ja fast durchs Dach. Also die Lage muss offenbar eine wirklich günstige sein, wenn unsere Frau Tourismusministerin so ein Strahlen im Gesicht hat. Danke fürs Kommen, danke für den Optimismus und danke, dass wir uns jetzt endlich auskennen. Ich zumindest, ich hoffe, die Zuseherinnen auch. Und den Optimismus der Frau Minister Köstinger, den kontern wir jetzt gleich mit dem Realismus von Dr. Hannes Androsch. Der laucht nicht, so wann er ins Studio kommt. Der sieht es vielleicht auch nicht alles so rosig und das macht ihn deshalb auch zu einem sehr, sehr spannenden Gesprächspartner. Gleich bei uns, Dr. Hannes Androsch über die Corona-Krise.